Ja, besser hätte ich euch auch nicht begrüßen können, ihr Venom-Schweine, Venom-Küge und natürlich Venom-Karnickel, ihr alten Ramda. Das ist Hell Yeah, der Zorn des toten Karnickels und nicht irgendeinem anderen Unsinn, als hätte ich das bei irgendeiner anderen Aufnahme gesagt. Hust, Hust, Hust. Ja, das ist ein typischer Plattformer, wie man ihn so kennt, aber ist ordentlich bescheuert, um es mal zu formulieren. So, wir fangen mal vorne an. Meistens fängt man da ja auch gerne an. So, es geht los. Super, ein Aufzug ins Nichts. Und wo sind überhaupt meine Lakaien? Schauen Sie sich wohl wieder meine geklauten Bilder an. Das werden Sie noch bitter bereuen. Wo sind meine königlichen Waffen? Kämpfe vermeide ich jetzt mal. Wohl besser. Erstmal, aber dann geht's voll auf die Fresse. So, ihr seht schon, hier sind ein Hasen. In guter Tradition, für die Leute, die einen Hasen sehen wollen, da ist einer. Die anderen kaufen sich den Play-Hasen oder so. Ja, man sammelt erstmal jetzt nichts anderes ein, als das, was man hier so einsammeln kann, weil man hat ja auch nichts. Aber ich kann euch versprechen, das ändert sich gleich. Ich gucke mal, wie viel ich euch von dem Ding zeigen will, kann, darf, möchte. Aber ich finde das ganz putzig. Ich habe das beim Steam-Sale für, ich glaube, wirklich ein Euro irgendwas abgeräumt. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal mit einem schlechteren Plattformen gespielt. Hey Nestor, mein treuer Diener. Endlich ein bekanntes Gesicht. Hallo Sir, wie geht es euch heute? Der Kater ist hoffentlich nicht so schlimm. Testen wir doch mal die Nüchternheit. Wisst ihr, wie man rauszoomt? Was für eine Frage, na klar, ich bin schließlich der Prinz der Hölle. Also, äh, ja, wie geht das mit dem Zoom-Doc gleich? Mit RB, was auch immer das für eine Funktion ist, verkleinert ihr die Ansicht, Sir. Arroganz wie der Vater. Das wird ein sehr, 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 sehr langer Tag. Das habe ich nicht verletzt. Ich habe studiert. Das sieht man ja gar nicht an. Schnaufe. So, jetzt können wir zoomen. Mach ich mal eben. Jetzt hier mal Epileptik-Alarm. Ich könnte das schon lang machen. Wahrscheinlich könnt ihr stundenlang kotzen. Warte mal. Kriege ich dann vielleicht, wenn ihr jetzt schon lang kotzen, eine Bulimie-Trophy? Gibt es dann, äh, Ducky, Bibi und Lassi? Die, äh, drei, äh, naja, ich wollte jetzt nicht sagen, die drei Gehirnzellen, äh, WG. Weil ich will denen nicht sagen, dass die null bringen. So. Gehen wir mal in den nächsten Abschnitt. Dieses Jump-Ranz. So, ein paar Autosprünge. Jetzt kommen die ersten Feinde. Ja. Haha, der Prinz ist nackt. Der Prinz ist nackt. Warum liegt das Stroh? Und Alarm. Hey, was? Wer wagt es? Du bist nackt und du kannst mir nichts tun. Ich bin hinter einer Wand. Ich bin so schlau. Lalalala. Wände kann man einreißen, genauso wie dein Gesicht. Ich komme wieder. Was? Ich habe wieder bewacht. Ich komme mal wieder. Hilfe. So. Seht schon. Die Tippleiste sagt es. Wir kriegen wohl höchstversch... Was mache ich denn jetzt hier? Mach mal den Hasen kaputt. Dann bin ich dann wieder reif für die Therapie, wenn ich sowas tue. Ähm. Wir holen uns also jetzt einen Gegenstand. Um es für Unsinn machen zu können. Ich glaube, den kriegen wir jetzt auch. Hey, Nestor. Hast du noch mehr nervige Kommentare, die mich nicht interessieren? Wie hier alles funktioniert? Nein, Sir. Ein Gefängnis von eurem toten Vater. Ihr wisst noch. Wird doch von deiner Geheimliebe für das Aufmotzen von Gadgets. Hä? Inspektor Gadget, ich fand den immer scheiße. Meine ich nicht, du Asse. Bitte sag, äh, dass es damit Monster zu Brei schlagen kann. Will haben. Mit RC und LS, was auch immer das ist, könnte Wände und Gegner versöhren. Zieh los, Gadget Master. Fort. Ja, zack. Sägen. Halt da. Die Säge muss sägen, geht doch. Ja. Kann ich jetzt auch wegsägen? Ja. Das ist genau meine Waffe. Zack. Geht er dann noch, äh, Jess Jackrabbit? Ich hoffe ja. Das war auch so ein ganz interessanter Plattformer. So, komm. Na, komm, jetzt mal weg. Yeah. Wobei, ihr seht schon, das ist die deutsche Version. Das ist das Grünes Blut. So, ich mag euch nicht. Ah, und du auch. Guck mal. Ja. Fand ich auch so geil, als wir es das erste Mal gesehen haben. FATALITY OUTSTANDING Ich mag diesen Touch. Neues Monster, Monster Index, ja. Ja, ich weiß, was ich sehen kann. Das Level Ende, ich glaube aber, dass wir noch etwas anderes sehen können. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Eigentlich aber nicht. Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Ne, ne, ich weiß nicht mehr raus. Ich dachte nämlich, dass man irgendwie nochmal zurückkommt. Aber es ist eine Art Kreis. Ach, doch. Kann ich doch. Hallo. So. Und wieder. Segen. Irgendwann will die Sege segen. So, wieder. Komm, nächstes. Der BMO Blaster. Der BMO Blaster. Ha, so scheißen geil, ey. Ah. Ich kenne auch das Gefühl, wenn Gewalt doch eine pure Lust darstellt. Hehehe. 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 Moment. Die Sege geht immer eben weg. Achtung, ganz lustig. Das kann ins Auge gehen. Gentlemen, I'll start your energy. Zack. Und einmal hier mal. Halb und halb. Zack. Einmal mit Brötchen. Cool. Ich hab den Weg freigemacht. Die guten alten Heulen Tore. Laben Sie sich an den gepannlichen Sinn. Ich mag's, ey. Die Türen zeigen an, wie viele Monster ich befreien muss. Dann öffnen sie sich. Hoffentlich. So. Ich bin's nur, Sir. Dürfte ich wohl das Radar vorstellen? Nein. Radar? Was zur Hölle soll ich damit anfangen? Sehe ich etwa aus, als wollte ich sieben magische Steinchen oder so sammeln? Auf dem Radar seht ihr, wo sich Monster befinden. Äußerst praktisch, Sir. Ja. Ja. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Ah. Weg mit euch. Das ist nicht. Berühren. Kanickel und Elektrizität vertragen sich nicht. Darum kümmere ich mich besser um. Weiten. He. 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 Ich weiß nicht ganz, was mir das bringt, aber wir gehen mal einfach da lang. Ah, ich wollte jetzt noch das Upgrade. Okay. Let's go! Und auf Ask.fm und Tinder und ja. So. Komm. Ah. So. Ob das schön ist. So. Wollen wir mal ein bisschen Geld ausgeben. So. Jetzt noch lauter. Skaten ist kein Verbrechen. Fast. Stuntman. Haben wir denn auch irgendwas, wo man jetzt... Warte mal. Was haben wir denn diese schöne Sachen? Geschwert, geschwert, geschwert. Was? Na. So, können wir auch alles holen, oder? Der Kneter ohne Ende. Komm. Das kostet die Welt. Geld ist da, um ausgegeben zu werden. Wir haben sowieso keine Zinsen mehr. Ja, das war ein politischer Witz übrigens. Okay. Keine Panik. Machen wir live wieder nicht. So. Haben wir. Okay. Will ich noch. Will ich noch? Will ich noch? Will ich noch. So. Nicht. Okay, ich kann schießen Hilfe Das ist hasenkalt Na gut, die können sie schnell wieder vermehren, aber Okay Ahhhh! Das ist mein Ass! Ahhhh! Ahhhh! KISS MY ASS! Schein! Mann, hau weg! Yes! Ist da noch irgendwas, was finde ich interessant ist? Nö, eigentlich nicht, ne? Können wir ihn nochmal platt machen? Soaaa! Määäh! Eigentlich will ich das Zeug haben! Schließlich bin ich ein geiler YouTuber! So! So! Geht auch! Krieg ich denn was Neues? Määäh! 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 Jaaaaa! Im Ungarn-Gehirn empfiehlt sich rohe Gewalt aus der Ferne. Wenn man nur eine Taste drückt, gibt's keine richtig oder falsch, stimmt's? Sind halt nur Ekstase. So. Kurs auf Doom. Okay. Kurs auf Doom. Und weg. Karotality. Toasty. Aua, Auge schafft. Ja, komm, einmal wieder hier fit machen. Achso, da war ich da schon. Äh? Da geht's wieder hin. Äh? Da geht's wieder hin. Okay. Jawohl. Halt, meine Bilder. Hast du die? Bilder? Fürchte nicht. Nein. Ja, auch zu schön gewesen. Also, fangen wir's an. Soll ich vielleicht mit ein paar furchterregenden Geräuschen anfangen? Meinen Freunden zufolge ist meine Bossstimme ganz ordentlich. bei 0900 Bossstimme. Bei 0900 Bossstimme. Ahaha. Daneben. Depp. 411. Okay. Und dann eine zweite Form. Natürlich hatte die. Wieso? 513. Toasty. Chou. 213. 216. 115. Inmektion. 115. Zwei. 116. 216. Okay, so nicht. Also zersiegen kann ich das nicht. Aua! Okay, also zweite Form, da komme ich schon mal hin. Okay, so geht es nicht, also das heißt, da darf ich nichts abkriegen, komm, einen Versuch machen wir noch. So, das ist erstmal kein Thema, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt da mal... Okay. So, okay, wenn man einfach mal, wenn ich nicht hinkomme, sind es schuld. So, nächste Form. So, das ist okay, mal gucken. Ist das vielleicht noch ein Angriff, den man direkt blocken kann? Geil. Das ist scheißen geil. Okay. Cooles Game. Mein Plan verläuft ganz richtig. Bis jetzt. Hey, was war das denn? Okay. 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 Ja, dann würde ich sagen, ist hier eine wunderbare Gelegenheit, das Ding zu beenden. Also, hell yeah! Ist definitiv was für euch. Aber garantiert. Ist ein schöner Plattformer mit viel Humor und viel Gewalt. Was braucht man noch mehr? Ich bin euer MrLander1970 und denk dran, abonnieren, kommentieren, bewerten und wer wissen will, was ich auf Steam mache, kann durch meine Fenster gucken oder auch dementsprechend nicht bei Steam. Auf Ende. Bis dann. Tschüss.